Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 days to die und ich bin hier immer noch auf dieser Straße und ihr habt es in der letzten Folge noch irgendwie am Ende gesehen, dass hier auf einmal spontan, ich habe mich verabschiedet von euch und da kam mir spontan erstmal eine Horde durchgelaufen. Die habe ich dann aber einfach mal flott ziehen lassen, weil ich mir dachte, nee, das sagte ich ja beim letzten Mal, ich muss nicht unbedingt das nachts jetzt hier mich mit einer Horde anlegen, das muss nicht sein. Aber dann fahren wir einfach mal der Straße entgegen und gucken mal, wo die uns hinführt, weil wir müssen sowieso so ein Stück weit in diese Richtung. Hallo Wolf. Ja, ja, nicht nachts. So, da drüben müssten wir eigentlich irgendwo hin. Aber... Uh, was ist denn da? Ist das noch ein weiterer Händler? Hoppala. Dann fahre ich doch da mal kurz runter, damit wir den mal auf der Karte haben. Ich glaube, es müsste ein Händler sein, ne? Oder ist das ein Teil von der Stadt? Oh Gott, ist das schwierig, dass sich die Umgebung hier wieder so langsam aufbaut. Nö, das müsste eigentlich ein Händler sein hier. Boah, sehr schön. Na, würdest du mal... Alter, wie kann man denn so am Blei hängen bleiben? Das ist doch nicht wahr. Mal kurz auf die Karte gucken. Oh, haben wir da noch einen weiteren Händler gefunden. Und wir müssen jetzt nach hier oben hinten hin. Und vielleicht führt uns ja die Straße irgendwie so ein bisschen auch am Wasser vorbei, weil das ist ja... Also ein bisschen nach dort. Dann, glaube ich, möchte ich hier aber mal querfeld ein so ein bisschen fahren. Weil da ist ja doch sehr viel Wasser. Und das, äh, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt vielleicht einen totalen Umweg fahren muss, weil dann so viel Wasser wieder kommt. Oh, das sieht ja hier ganz... Oh, hier ist auf jeden Fall der See oder Wasser oder irgendwie sowas. Und hier oben sieht so ein bisschen nach Stadt aus. Oh, da haben wir spontan, glaube ich, nochmal eine neue Stadt gefunden. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht mitten in irgendein Gebäude reinfahre oder sowas. So langsam, wie sich das Ganze hier aufbaut. Das ist echt schwierig gerade hier. Ich dachte, das wäre nachts vielleicht ein bisschen einfacher oder so, aber... Wo ist das hier etwa? Wüste... Baum. Baum. Ist das hier etwa Wüste? Zufällig? Oder ist das Steppe? Baum. Ach, nee. Das nennt sich, äh... Was war denn das nochmal? Jucca. Ja, hier überall dieser... Äh, was hatte ich letztens gelesen? Das sind keine Kakteen, das sind Akupunkturgurken. Die hier so rumstehen. Das sieht mir hier sehr nach Sand aus, ne? Komm, wir hauen mal Licht aus und dann gucken wir mal, wo wir uns hier rumtreiben. Mensch, die nächste Stadt. Stadt Nummer 4. Das ist ja auch... Das ist ja auch mal wirklich sehr praktisch. Äh... Wegpunkt. Und dann kommt hier nochmal eine Stadt hin. Hup. Mein Gott. So viele Wegpunkte, wie wir jetzt hier haben. Und dann, äh... Was sagt man? Inventar? So. Was denn? Wo bist du denn? Ich hab dich doch ganz genau gehört. Komischer Vogel. Jucca. Oh, 20 Federn. Ach, da eierst du rum. Ein Businessman. Na? Hm. Das Doofe ist immer nur diese blöde Hose. Die bringt einem irgendwie nichts. Ja, die macht warm. Aber ansonsten... So, was wollte ich? Sand. Sand wollte ich doch. Hm. Wo steht mein Minibike? Weil ich möchte nicht zu weit weg sein von meinem Minibike. Für den Fall der Fälle... Sag mal, seid ihr alle zu blöde? Hm. Scheinbar. Genau. Und die untere Ebene bringt jetzt immerhin auch noch fünf Steine mit dabei. So ein Nachtsichtgerät. Ich sag's immer wieder. Wäre jetzt total kräfte. Weil irgendwie möchte ich jetzt ungern das Licht anmachen, aber... Na, ist ja auch schon wieder zwei Uhr. Das sollte ja flott gehen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier spontan eine Wüste finde. Also das ist ja wirklich... Sehr, sehr praktisch. Wenn man einfach auch mal da langfährt, wo man noch nicht gewesen ist, ne? So. Wirst du auch hier runterzufallen, du Sand? Ich möchte dich wegschaufeln. Ich brauch dich noch. Wir haben noch viel vor mit dir. Du wirst eine tragende Rolle in diesem Spiel übernehmen. Ah, der war schlecht, aber irgendwie lustig. So schippen wir uns durch die Nacht. Wer hätte das jemals gedacht? Die Zombies rennen. Ich bin draußen. Darauf fällt mir jetzt kein Reim ein. Keine Zeit mehr zu verschnaufen. So, keine Ahnung. Boah. Aber Steine irgendwie, ne? Ich hätte jetzt gehofft und gedacht, da kommt mehr bei rum. Na gut, wenn man die obere Schicht hier nimmt, dann kommen wir mit dem Sand natürlich weitaus schneller voran. Mit jeder Schippe gibt das irgendwie so 14, 14 mal Sand. Und hier unten ist es dann immer 10 mal Sand und 5 Steine. Hm. Hm, hm, hm. Aber irgendwie immer so nur die oberste Schicht wegzugraben, das ist natürlich auch schwierig. Obwohl das für den Sandfaktor natürlich viel besser ist. Mal gucken, wir doch mal, ob wir das irgendwie so hinkriegen. Hm. Ah, das ist auch die oberste Schicht. Okay. Ganz schön wenig hier in der Wüste. Und das war trotzdem 25 Grad. Aber wir brauchen Unmengen Sand. Also ich glaube, wir brauchen wesentlich mehr Stein als Sand. Ich glaube, das Verhältnis ist da 1 zu 2. Also ein Stein, ne, ein Sand zu 2 Steinen für Beton. Aber ich weiß ja auch nicht, wie viel Beton ich für meine Basis dann hinterher brauche. Weil im Endeffekt brauchen wir ja auch... Hm. Im Endeffekt brauchen wir ja auch doppelt so viel, ne. Wenn man... Weil die erste Stufe ist ja... Ist ja, glaube ich, nur der kleine Beton, sage ich jetzt mal. Und die zweite Stufe ist dann wirklich erst der... Der richtige, der schöne Beton. Wie man ihn denn gerne haben möchte. Oh. Aber die Stadt da hinten... Ist, glaube ich, auch wieder nur so eine halb... Halbgroße, ne. Also jetzt nicht so eine so mit schönem... Ähm. Ist ja irgendwo eine Schlange unterwegs. Die sieht man nachts natürlich auch nicht wirklich gut. Also jetzt keine Stadt mit so riesengroßen Hochhäusern und solchen Spaß. Also das hätte ich ja irgendwie auch gerne nochmal. Ich habe ja immer nur diese... Handlichen Vorortstädte. Naja. Aber solange da guter Loot drin zu finden ist, soll mir das recht sein. Aber so ein Nachtsichtgerät, ne. Das wäre jetzt auch nochmal tofter. Na. Hallo, Hitbox. Geht's noch? Ich stehe direkt vor dem Haufen und trotzdem erwischt er ihn nicht. Merkwürdig. Aber Hauptsache ich kann mit dem Chlorhammer, äh, 15 Stockwerke hoch. Hey Mann. Wird schon wieder ein Level aufgestiegen? Wann ist das denn passiert? Also eben gerade. Ich weiß. Aber wann bin ich denn bitteschön Level... Äh. Ich bin doch in der letzten Folge erst Level 50 geworden. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Sandschaufeln so viel... Aha. Na, die möchte ich hier aber ungerne rumliegen haben. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Ah. War's das jetzt? Das war's. Jo. Zack, Schlange. Hab dafür. Licht ausmachen. Immerhin zwei Fleisch. Und die geht mir hier nicht auf die Nerven, weil die hatte nämlich schon Peilungen aufgenommen. Die Olle. So. Was sagt denn hier 2293 Sand und nur ein paar Steine? Ziehen wir mal schnell den Poncho über, bevor es uns zu warm wird. Ja, Sand. Irgendwie... Wie viel Sand brauchen wir? Ich meine, wir können ja später nochmal was holen. Ich meine, im Nachfolgenden brauchen wir den Sand ja auch nochmal für... Ähm... Für Glas, um das in der Schmiede einschmelzen zu können. Aber jetzt gerade ist ja die oberste Prämisse... Beton herzustellen. Und dafür brauchen wir halt eben den Sand. Aber die Frage ist, wie viel, ne? Und ob das jetzt Sinn macht, ob ich jetzt hier unten einfach die zweite Ebene wegschaufel. Dass wir da eben die Mischung kriegen, Sand, Stein, ne? Aber so viel Stein ist das ja jetzt hier auch wieder nicht. Leider. Verhältnis 10 zu 10 wäre toll. Also 10 Sand und 10 Steine. Das fände ich cool. Aber das würde die Sache wahrscheinlich zu einfach machen. Da müssen wir doch leider wieder Steine kloppen gehen, um dann dementsprechend... Das zu erreichen, was wir gerne haben möchten. So. Machen wir hier nochmal eine schöne Klippe draus. Nehmen das ja alles nochmal mit, was hier so übersteht. Da ist das, was wir beim letzten Mal, die Schaufel repariert haben, auch schon wieder hinfort sozusagen. Wo denn? Wo bist du denn? Ich kann dich hören. Na? Hm? Stehe ich jetzt hier schon wieder? Tatsache. Das ist schon wieder Steppe. Das ist nur dieses kurze Stück hier wüstet. Da hatten wir ja... Da hatten wir echt Glück, dass wir da nachts auch noch drüber gestolpert sind. Tatsächlich. Na, den Stein hier noch und dann... So, wo ist denn das Minibike und wo ist denn das Loch hin? Minibike? Ach, da drüben. Und hier, da irgendwo... Oh. Ach, da unten. Na, Mäuschen? Was bist du denn so sauer? Hm? Können wir mal auf Licht zu hauen? Hm. Könnte man fast so ein bisschen meinen, ich hätte eher ein Grab geschaufelt. Aber naja. Ach, machen wir sie jetzt weg. Wir machen sie weg. Komm, was soll's. Wenn er denn mal treffen würde hier? Ich glaube irgendwas... Ja, die Knochen... Ach ja, komm. Können wir auch hier erstmal... Ein bisschen Juckermampfen und damit ist auch schon wieder 4 Uhr morgens hier. So, dann haben wir nämlich Platz für den Knochen. Liegt hier noch irgendwas rum? Ach, noch ein Knochen. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, ähm... Ja, machen wir uns mal kurz... Also fahren wir hier mal eben an der Stadt vorbei. Wir haben noch einen Händler gefunden. Das ist auch sehr, sehr cool. Äh, was ist jetzt hier? Lieferung. Ach so, die Lieferung kann weg. Die brauchen wir da nicht mehr. Ähm... Den Schatz hier, den könnte ich eigentlich auch mal ausblenden lassen. Weil den muss ich ja nicht in meiner Anzeige haben. Dann fahren wir einfach nochmal kurz durch die Stadt durch. Jetzt nicht großartig looten, sondern einfach nur gucken, was gibt's da? Wer wohnt da und überhaupt? Und dann, ähm... Ja, fahren wir einfach nochmal zurück. Machen uns eine neue Picke. Und dann müssen wir ja leider nochmal wieder ein bisschen Ressourcen sammeln. Äh... Damit wir dann auch den Zementmischer anschmeißen können. Und, ähm... Den ganzen Kram in unsere Basis bringen. Oh. Ich weiß, ich wollte nicht looten. Aber wenn das brennende Fass hier schon so bereitwillig in der Gegend steht, ist das wieder so ein... Was ist das denn für ein Gebäude? Willst du das mal bitte mitnehmen? Ach, ich hab keinen Platz, ne? Hm. Ach komm, dann wird das zerlegt. Und das brennende Fass mitgenommen. Oh, viel Quatsch. Dann gehen wir doch mal schon mal in den Verteidigungsmobil. Federn hab ich am Mann. Weil irgendwie, ähm... Das möchte ich jetzt aber auch nochmal wissen, was das hier für ein Gebäude ist. Das hab ich so noch nicht gesehen. Was ist das? Ach, ist ne Autowerkstatt, ne? Sehr gut. Was bist du? Ja, Autoparts. Das ist cool. Da gibt's bestimmt ganz viel, ganz viel praktisches Zeug. Genauso wie hier die Tankstelle. Hallo? Huch, das war aber ganz fieses Leck. Schon wieder irgendeine Schlange. Geh mir nicht auf die Nerven. Ich will hier einfach nochmal kurz... Ah, da stehen auch so viele Fässer, ne? Ach komm, die sind auch beim nächsten Mal noch da. Jetzt haben wir hier einen Bookstore. Und hier ist scheinbar irgendwie eine alte Fabrik. Boah, der ist arg zu kämpfen hier gerade. Das sieht so aus wie die Stadt, äh, die ich zuallererst gefunden habe. So ein bisschen hier so mit dieser Schräge auch, die da drin ist. Hier ist wieder so ein... Böserladen mit Zwischendecke. Da wollte ich ja eigentlich gerne... Was haben wir hier? Burgers, Shakes. Da wollte ich ja... Also in den Laden mit der Zwischendecke wollte ich irgendwie vor der Horde auch gerne nochmal reingeguckt haben. Aber ich befürchte, das kriege ich nicht hin. Ach komm. Die Schwester hier. Das wäre es jetzt auch noch, wenn die mich erwischt hätte. Wegen des Lecks. So. Aha, aha, aha. In welche Richtung gucken wir denn jetzt? Ah, okay. Hast du mich getriggert? Ne, hast du nicht. Dann aber jetzt. Uh. Uh. Kenn ich die schon? Dann nimm du doch mal bitte kurz das Papier. Dankeschön. Dann möchte ich die hier mal eben lesen. Hier. Dann nimm ich das Papier wieder. Sonst noch irgendwas? Ne. Und ich sag noch, ich will nicht großartig looten, ne? Ja, ja, ist klar. Oh, da drüben hoppelt ein Hase. So. Äh. Schönes Wetter hier. Wo ist denn jetzt der andere Schatz? Der hier neu dazugekommen ist vielleicht? Hier drüben? Na, der sieht ja auch wieder so aus, als würde er im Wasser rumliegen. Ja, ne, ist klar. Hm. Irgendwo hatte ich da noch einen Schatz, den ich nicht, ach da oben, den ich noch nicht geholt habe. Ja gut, dann jetzt ab nach Hause rein. Ich wollte gerne hier reingucken. Und zwar nach Hause. Wo ist denn nach Hause? Nach Hause ist hier. Schneller Wegpunkt. Und dann fahren wir aber ruhig mal. Wo ist nach Hause? Da ist nach Hause. Ich glaube in diese Richtung. Ne. Hier hat die Straße hier runter. Ja. Das finde ich glaube ich ganz gut. Dann sehen wir noch ein bisschen was von der Stadt. Und äh. Können hier auch noch so ein bisschen. Uh, das war aber knapp, Hase. Ach, hier steht noch Mais rum. Das ist natürlich gut, dass hier auch nochmal wieder eine Stadt ist mit Feldern. Und dann hoffe ich, dass wir hier, da müssen wir arg aufpassen, dass wir nicht irgendwie großartig in Wasser reinfahren oder sowas. Das muss nämlich nicht sein. Weil ich wollte einfach mal hier eine Runde rum erkunden. Da kommt nämlich, glaube ich, auch schon die Wasseroberfläche. Na, das sieht ganz so aus. Ja. So, dann springe ich hier nochmal kurz vom Moped ab. Dann ist das etwa, ist der See tatsächlich so riesig? Meine Fresse. Na, dann fahren wir doch hier mal jetzt dran entlang. Um einfach mal zu gucken, wo wir... Oh, leerer Baum stammt. Da muss ich reingucken. Und das... Ich habe zwar keinen Taschenplatz frei, aber... Uh. Komm, Holzleitern hier rein. Das esse ich. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt ist die Dose runtergefallen, ne? Kriege ich sie noch irgendwo? Ja. Zerlegen. Dann nehmen wir das hier rein. Dann... Och Gott. Habe ich doch noch Platz im Minibike. Was mache ich denn hier? Mann, 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 Mann. Nein. Ich will den... Minibike? Ach da. Ich will den Koffer raum gucken. Der ist natürlich auch noch nicht ganz leer, aber was soll's. Äh, kommt das hier rein und das da und... Ach ja. Pflanzenteile und hier. Oh, die Bandage nicht unbedingt. Das Papier kann da rein. Die Fenster. Da ganz hinten röchelt es rum. Na gut. So, dann nehmen wir den Kramsjahrs im Baumschlubb noch mit. Meine Leitern vor allen Dingen. Na, Ernie und Bert, was geht denn hier so? Wo willst du denn hin? Nein. Was haut der auf den Baum? Ach, die ist schon tot. Da ist nichts drin. Toll, was hat er dabei? Ein Eisenrohr. Was macht ein Businessman mit einem Eisenrohr? Naja, ich will's glaube ich auch gar nicht wissen. So. Oh, ob acht. Komme ich hier rüber oder ist hier... Oh, das scheint nur ein See zu sein. Dann ist ja gut. Oh, ein Zeltlager. Ja, irgendwie... Muss ich ja hier dann doch reingucken. Das ist mir jetzt schon wieder warm, äh, kalt. Hallo, wohnt hier jemand? Oder bin ich hier ganz alleine? Was ist das für ein Zeltlager, wenn hier keiner ist? Nix im Müll, ne? Da schläft keiner drin. Hier schläft keiner drin. Ein lila Tanktop. Was trage ich denn gerade eigentlich? Ein grünes Tanktop. Ja, guck, dann können wir das... Bringt ja nix. Können wir das eben zerlegen. Noch ein Rohr. Also irgendwie ist das ja ein bisschen... Ein bisschen mau hier, das Ganze, ne? Also hier ist ja so nix. Aber den Stoff... Das Stoffgedöne lasse ich jetzt hier auch nicht einfach so liegen. Das, ähm... Wenn man sowas unterwegs entdeckt, dann muss das auch einfach... Dann muss man das mitnehmen. Also ich... Also ich... Vielleicht lasse ich ein Gebäude auch stehen. Hier das große... Dass ich jetzt hier nicht die ganze Zeit irgendwie rumstehe. Und hatte ich den Müll schon, ja. Aber den hatte ich noch nicht. Ach ja, komm. Ich weiß, aus Dosen kann man dann irgendwie Öl sich herstellen. Aber ich glaube, das ist bei mir gerade noch nicht wirklich akut. Von daher zerlege ich die lieben Dosen einfach mal kurz. Und dann ist... Dann ist er die Gessen. So. Den Stoff kriegt man einmal raus. Vier mit einem. Okay. Okay. Ich dachte, hier hat was gehört. Besser haben als brauchen, ne. Von daher... Nehmen wir das ja nochmal mit. Und macht das Wetter auch nicht besser. Nur weil man jetzt Licht an hat. Aber eigentlich dürfen wir uns jetzt hier nicht mit aufhalten. Also ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier schon wieder mache. Weil wir haben eigentlich keine Zeit dafür. Wir müssen ja... Tag 21 kommt die nächste Horde. Wir haben Tag 17. Und da muss noch einiges manufakturiert werden hier. Aber Hauptsache, wir stehen irgendwo im Nirgendwo und zerlegen erstmal ein Stoffzelt. Naja, warum nicht? Das hat jetzt was gebracht. Uh. Das hat ja einiges in Stoff gebracht. So, wo ist denn mein Minibike? Parkt wieder hinter der Tanne, oder was? So, dann fahren wir hier mal weiter in diese Richtung. Immer am Wasser entlang und nicht rein ins Wasser. Nach Möglichkeit. In welche Richtung muss ich? Ach, da drüben muss ich gehen. Dann fahren wir jetzt einfach mal hier lang. Wir wollen ja nicht zu weit ab vom Schuss. Das muss ja dann auch nicht sein. Hier ist jetzt noch ein Weg. Okay. Wir entdecken gerade neues Land. Deswegen ist das alles wieder ein bisschen schwierig. Mit dem sich aufbauen der Karte und der Umgebung und so. Aber man weiß ja auch nie, wofür das gut ist, dass wir hier Land entdecken. Hier ist zum Beispiel Steppe. Oder ist das Güste? Nee, es ist Steppe. Das ist dann auch immer geil, wenn das Moped irgendwie so mitten auf der Stelle fährt, weil noch nicht nachgeladen wurde oder sowas. Sehr merkwürdig. So, ich würde gerne einmal absteigen und kurz auf die Karte bitte gucken. Ach, hier sind wir. So. Da fahren wir jetzt gerade mitten auf die Stadt drauf zu. Da hinten ist nochmal Schnee. Achso, das ist das da. Ja. Ja, dann können wir auch, wenn wir sowieso schon im Grunde genommen in dem Biom sind, wo wir schon mal waren und hier sich jetzt so viel Neues nicht offenbaren wird, schätze ich mal, auch einfach direkt straight nach Hause düsen. Hier liegt ganz schön viel Kohle rum, ne? Praktisch, praktisch. Ja. Wird offenbar gern zu motzen hier von der Seite. Ach, schwierig heute hier. Und da wird es auch schon wieder grün. Da ist unser Nachbarhaus, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Na toll. Gerade noch so schönes Wetter gehabt. Und jetzt, wir sind quasi dem Regen hinterher gefahren. Ganz großes Kino. Tatsache, ey. Mann, 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 Mann. So. Ein trautes Heim. Glück und so, ne? Na. Dann, das machen wir erstmal leer hier. Steckt hier noch irgendwas vielleicht? Na, das zum Beispiel. Was für ein Mistwetter. Danke, dass der Wind jetzt mal ein bisschen leiser geworden ist. So, mit O. Was haben wir denn hier so drin? Schön, dass die Taschen voll sind. Und das muss einfach hier, ich muss das weiterlaufen lassen. Das geht nicht anders. Auch wenn ich dann eine Kreischerin produziere. Da kommen wir dann nicht drum rum, aber ähm, den kann ich Ah, ne, komm, den zerlege ich. Den schmelze ich nicht ein. So ein, so ein Kram. Mach ich nicht, das zerlege ich. Das kommt hier rein. Das hier. Das hier auch. Stoff habe ich hier auch drin. Kleber habe ich hier drin. Äh, Waffenteile. Das wäre dann hier diese Pistolen-Dingsbums. Ah. In die Essenskiste packen wir dann noch den Topf. Da haben wir auch schon wieder zwei Töpfe, zwei Grills. Dann für die neue Behausung. Jetzt ist mir wieder zu warm. Ich werde wahnsinnig. Ähm. Hier unten in diese ominöse Gedönskiste. Gott, so viel verrockendes Fleisch haben wir schon wieder. Äh, Messing habe ich das hier schon. Das habe ich dann noch drin. Gut, nehme ich das hier mal raus und das hier mal raus. Ich habe das Messing hier rein. Ähm. Noch irgendwas, das weg kann. Ja, wir nehmen den Sand mal mit. Dann, wo habe ich denn den Gebietsschutzblock liegen gelassen? Hier oben, ja. Den möchte ich, glaube ich, mitnehmen. Die kurzen Eisenrohre können hier bleiben. Dann können wir auch die Schmieden mal einpacken. Äh. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Und dann machen wir das gleich nämlich schon mal so. Die Spitzhacke. Ah. Neun Knüppel müsste ich mir ja nochmal herstellen. So viele Dinge, die man tun muss und so wenig Zeit. Dann kommt die gute alte Aloe hier nochmal rein. Die liebe Vera. Da essen wir noch mal ein bisschen was. Wie viel heilt das eigentlich? Auch immer zwei Punkte. Immerhin. Ich weiß zwar nicht, ob wir auf die 115 kommen, aber es macht uns etwas satter und es heilt uns ein bisschen. So. Das dazu. Und huch. Wieder eine Gesundheit dazu gekriegt. Na super. Der Glasbruch, der bleibt hier. Ne. Was? Wo habe ich das denn jetzt her? Achso. Ne. Ne. So. Hier haben wir noch ein Waffenteil. Das kann noch weg. Was ist das denn? Maschinenpistolenverschlusslauf oder irgendwie sowas. Aber es sollte das Zufall sein. Rezeption. Armbrustpfeile. Ab dafür. So. Dann können wir nämlich hier auch eben diese Spitzhacke hinfort mit hier. Sehr schön. Diener einschmelzen. Clay läuft so vor sich hin. Sehr schön, weil wir brauchen nämlich ja noch eigentlich noch mehr geschmiedeten Stahl, aber eigentlich auch noch mehr von diesem Gitter. Eisenstangen. Wie viel kriege ich jetzt raus? Zwölf nochmal. Ja, komm. So, dann können wir nämlich hier schon mal... Wo habe ich denn die Eisengitter hingelegt? Achso, die habe ich schon... Habe ich die alle schon dabei? Den Ambus können wir gleich mitnehmen für die... Irgendwann müsste ich mir, glaube ich, auch nochmal ein Crucible herstellen, ne? Habe ich die Eisengitter hier irgendwo reingelegt? Nö. Hier hätten wir noch eine Axt, um die Axt vielleicht zu reparieren. Man weiß es nicht genau. Hier oben Händlerkiste. Na, da haben wir auch noch ganz schön viel Krams. Gut, dann gehen wir nochmal nach unten, machen das Minibike leer und dann müssen wir ja nochmal... Nein. Jedes Mal das Gleiche. Ich möchte doch nur an den Kofferraum. So, und zwar hier den Krams. Bitte einmal alles raus. Bitte einmal alles mitnehmen. Ja. Sehr schön. Ach, wie voll bist du eigentlich? Uh, nur noch... 50% Sprit. Dann muss ich nochmal gucken, ob wir hier oben noch irgendwas... Hallo? Entschuldigung. Ob wir hier oben noch irgendwas rumstehen haben, weil sonst müssen wir uns über kurze Lange auch nochmal echt tatsächlich um Sprit kümmern. So, das Fleisch kommt hier rein, das kommt hier rein. Haben wir sonst noch was für die Essenskiste? Ja klar, das Antibiotikum. Dann haben wir hier die Gedönenskiste. In die Gedönenskiste, da haben wir Tierhaut für... Das Papier kommt hier nicht rein. Ja, das tue ich da jetzt auch mal rein. Wir haben eine neue Pücke. Hier oben haben wir die Händlerkiste, da kann das... Achso, da haben wir auch das hier noch für. Und ansonsten haben wir für die... Hier tonnenweise Papier und Verschlussgedöhne. Jo, die Fenster brauchen wir für da. Den brauchen wir nochmal für da, für zum Aufwerten und so. Und achso, wir haben noch die Tita Tokens. So viel haben wir da jetzt auch nicht. Das läuft wunderbar durch, sehr schön. Und dann, ja, heißt es nochmal wieder. Rausgehen und Steine sammeln, aber irgendwie nicht mehr in dieser Folge. Tja, da haben wir jetzt mit der Suche nach einem Ort, von wo wir hinkommen und wo wir hergehen und so. Hier unten, ja cool. Wir haben noch eine weitere Stadt entdeckt für den Rückweg. Doch ganz schön lange gebraucht irgendwie. Aber, naja, muss ja auch sein. In der nächsten Folge werden wir uns dann nochmal ein bisschen Materialien besorgen, damit wir tatsächlich Cobblestone hochrüsten können. Also aufwerten können. Und ein paar Blöcke werde ich wahrscheinlich auch noch brauchen. Und, naja, so viel zu tun, so wenig Zeit, wie immer damit. Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.